Ja, welcome back YouTube und es geht wieder weiter mit The Darkness 2. Leider nicht an der Stelle, wo es eigentlich weitergehen sollte, weil ich hatte schon wieder ein bisschen aufgenommen. Aber ich habe erst später gemerkt, dass die Aufnahme nicht so richtig geklappt hat. Also da ist irgendwas schief gelaufen, die Datei war irgendwie beschädigt. Und den letzten Punkt, den ich laden konnte, das war der hier. Hier geht es jetzt also weiter, weil ich habe jetzt keine Lust ehrlich gesagt nochmal komplett neu anzufangen. Wir hatten jetzt die Aufgabe, dass wir da, wo es eigentlich weitergehen sollte, kam direkt so ein Zwischengegner, sag ich mal, so ein Zwifty, der in so einem Kran gesessen hat und uns da so ein bisschen geärgert hat. Den haben wir, ja, jetzt würde ich sagen nicht erledigt, weil der konnte irgendwie entkommen und wir sollen jetzt irgendwie finden. Und an der Stelle geht es jetzt auch weiter. Da wollen wir mal... So, ja, das war ja schon mal richtig geil. Fams. Ja, ich hoffe jetzt auch, dass es hier alles klappt mit der Aufnahme und hier können wir die gerade, ne? Okay. Dann messen wir den mal weg. Mein Gott, wir fliegen ja richtig weit, ey. So, hier haben wir jetzt auf jeden Fall noch... Na, ein bisschen Licht. Hallo. Ja, der Typ kommt auch überall her, wa? Dann wollen wir doch mal hoch. Okay. Lauf nur, Swifty, ich hab die ganze Nacht. Ja, das war doch der Typ. Es ist zu hell. Sicher ist es zu hell. Und jetzt ist es zu dunkel. Nein, wird es immer gut. Komm schon. So. Wo haben wir hier hoch? Ah. Oh mein Gott. Ich treffe ja gar nichts mehr. Muss hier noch irgendwo sein. Was zum Zweifel macht das Ding? Oh mein Gott. So, wir gehen einfach auseinander, oder? Also so. Danke. Du bist tot. Danke für dein Herz. Lecker. Niam, niam. So. Erstmal schön wieder eine Tür rausreißen. Der Pille hat wieder auf die Leichen da. Naja, wem es Spaß macht, ne? Also hier müssen wir jetzt irgendwie runter. Und hier ist es ziemlich dunkel. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich hierher, wa? Ich brauche einen noch. Okay. Scheiben mir ganz schön viele zu sein. Oh, den da. Yo, den haben wir. Sehr schön. Oh, hier ist schon mal so eine Flasche. So, noch direkt mal da runter, ja? Dich machen wir alle. Und ich mach mal auch. Also. Bleib stehen und gib mir dein... Warte mal. Ach, ne, das bist du. Das ist welcher. Oh, hier ist... Ich nehm dich Stück für Stück auseinander, du Pussy. Gib dir gleich mal, Pussy. Wo bist du denn? So. Wer nimmt dir wen auseinander? Ich möchte gerne genau das haben. Ich will nicht, woher ich das hab. Kalaschnikow? Oh, das sieht aber auch gut aus, oder? Halte dich vom Licht fern. Ja, Mann, mach keinen Stress. Ach, ne, da. Das Licht, okay. Aber wir gehen jetzt erst mal runter, würde ich sagen. Gucken da alles. Hier geht's auch noch weiter, ne? Halt dich vom Licht fern. Ja, 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 ja. Aber lass mich doch erst mal hier. Mensch. So. Ne? So. Haben wir unten noch was Schönes? Leckeres Herzchen, das nehmen wir uns noch. Aber hier irgendeine Munition oder sowas? Hessen wir mal alle, auch wenn wir sie nicht brauchen. Was hab ich jetzt gemacht? Achso. Boah, ich hab das gar nicht gecheckt jetzt, ey. Hä? Aber da war nur ne Leiter, okay. So, dann... Wo müssen wir lang? Wahrscheinlich dahin, ne? Exit. So, das hat dann sowas. Und dann kommen wir einmal durch, zack. Und dann müsste ich die Tür eigentlich überhaupt nicht holen. So, dich machen wir jetzt erstmal kaputt. Dich auf. Los. Bäm. Ey, ey, ey. Jetzt doch das Kümmern, ist doch nicht tot. Okay. Okay. Wer wird Blut? Mach mal so. Hoppe. Hier. Hier los. Irgendwie will er es gerade so, wie ich will. Wo, wo, wo? Warte mal, ich nehme mal das? Das hat auf jeden Fall Bogen gemacht, wa? Werfen wir das hier in der Kette? Hier ist auch nicht, weil wir keinen gesehen haben. Oh Mensch, ich geh doch kaputt. Wo kommst du denn auf einmal her? Gib mal was zu essen hier. Ich hab ja eure Schnauze voll gesehen. Ja sowieso. Jetzt gehen wir erstmal da oben rein. Okay, hier können wir jetzt wieder Sachen kaufen. Aber wir gehen erstmal hier weiter. Kommt wir hier durch? Na irgendwie nicht. Was stehen wir hier rum? Wo müssen wir denn lang? Hier öffnen wir so. Also wollen wir das mal tun. Ich glaube, man nennt sie jetzt kleinwüchsig. Bam, bam, bam. Komm schon, komm. Komm. Mein Gott. Was scheiße. Was scheiße. Jo, mach ich kein Thema. Ohohohoho. Ach so. Boah, mal so ein paar Herzen, was denn hier war. Boah, hier ist einfach zu viel Licht, ne? Kann das sein? Komm. Geht doch den Verstand. Komm. Ach der hängt hier bisschen blöd rum. Hier ist man die ganzen Herzen weg. Ja ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Geh' ich da lang oder geh' ich da lang? Mein Gott! Okay, da haben wir noch ein Licht. Sehr schön. Nee, 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 Kollege. Ich glaub' ich lebe. Ich bin mir leid, aber... Ihr habt mich leider nicht. Okay, da muss ich auch noch mal, dass ich rauschnippse. Das zieht mich nach draußen! Ey, dieses kleine Mist, wie geil der doch ist, ey! Du! Du! Du wirst schlafen! Danke! Muss hier noch irgendwo sein! Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Okay, dann... Gehen wir jetzt mal hier hoch. Wer schießt auf mich? Ah, okay! Du, du! Kleiner Pisser! Wo bist du denn? Ja, du! Das ist nicht zu nahe! Das ist nicht zu nahe! Das ist nicht zu nahe! Es ist nicht zu nahe! Wie oft muss ich hier noch treffen? Geht's nur? Und, äh... Scheiße! Ist nur ne Fleischhunde! Ist da jemand? Wartest du jetzt wirklich... Wer hat das beste Gefühl? Ich schalte mal nicht. Ich schalte mal nicht. Oh, du! Oh! Okay, das war's! Ey, wie viele kommen da denn noch, bitteschön? Ah! 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 Wir müssen jetzt irgendwie das Licht hier ausmachen, weil das ist ein bisschen viel. Das sieht doch schon mal gut aus. Oh, hey, das ist doch mal ein geiler Tätergrund. Hier können wir auch noch was gucken, finden. Nein, nix. Okay, scheiße. Was gibt es denn hier noch? Space Intruders, okay. Ist so ein bisschen kaputt. Aber sonst gibt es nix. So, da können wir so einfach rein, aber... Warte mal, hier war nix, oder? Ne, das war noch von der anderen Tür, äh, von der anderen Seite, von dieser Tür, von hier, ja, ja, ja. Okay, ähm... So, das kommt auch noch mit. Wir wollen ja nix verkommen lassen, ne? Und dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut und dann geben wir Swifty erstmal im nächsten Part was auf die Fresse. Also bis dann, Leute. Ciao, ciao.